QTP Arts Willkommen junger Künstler bei QTP Arts Heute zeichnen wir eine Pumpe Lasst uns gemeinsam zeichnen und malen Wir zeichnen jetzt den Körper der Pumpe Jetzt lasst uns ein paar Haare zeichnen Dieses Kleid wird an der Puppe süß aussehen Jetzt lasst uns es ausmalen Felsich Vosa Felsich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Meeresgrün Geld 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 Wir sehen uns im nächsten Video. Um dieses Video anzusehen, klicken Sie auf den unten in der Beschreibung angegebenen Link.